Oh mein Gott Leute, das neue Update enthält Hypercharge und vieles weitere. Hypercharge könnt ihr freischalten, wenn ihr einen Brawler auf Power 11 habt. Es gibt erstmal für Shelly, Bull, Colt, Spike, Jackie oder neuen Brawler-Pel die Hypercharge. Wenn ihr einen Brawler auf Power 11 habt, könnt ihr hier zu den Gears den Hypercharge kaufen und dann habt ihr Fähigkeiten je nach Brawler. Jeder Brawler hat 25 Tempo, 25% Schaden und ein Schild. Zum Beispiel bei Shelly ist ihre Ulti breiter. Zum Beispiel bei Bull, wenn ihr seine Ulti einsetzt, bekommt er 80% weniger Schaden. Ihr könnt ein gratis Hypercharge spielen, wenn ihr diese Herausforderung hier schafft. Ihr spielt hier mit einem zufälligen Brawler, der schon Supercharge hat. Und dann spielt ihr mit Colt, Spike, Bull, Jackie, Spike und dem neuen Brawler Pearl. Ja, ich kann es euch mal zeigen. Zum Beispiel so wird ausgelost, welchen Brawler ihr spielt. Der Hypercharge lädt sich genauso auf wie die Ulti, nur Lamsamer. Ich habe jetzt schon meine Ulti, aber mein Hypercharge ist noch nicht mehr zur Hälfte aufgeladen. So Leute, jetzt habe ich meinen Hypercharge. Wir warten, bis er wieder spawnt. Mein Gott, Leute, jetzt können wir den Supercharge aktivieren. Und zack, ihr seht, vielleicht seht ihr es, die Ulti ist breiter geworden und wir machen viel mehr Schaden. Die sind schneller, aber der Hypercharge geht schon schnell rum. Er ist halt auch viel zu OP, der Hypercharge. Und jetzt wird der Brawler anstatt 5% stärker, jetzt 10% stärker. Also anstatt 5% Schaden macht er jetzt 10% mehr Schaden und auch Trefferpunkte.